Stefft Rubel, ist das Coaching aktiviert? Ja. Das ist meine Map, let's go. Schleich, schleich, schleich. Tu ich, tu ich. Sebo, hast du noch jemand gesehen? Ja. Oh, oben, Fenster. Oben, oben, du siehst das. Nein. Ja, nice. Alle drei Heads haben getroffen. Und jetzt ist noch einer onside, Max. Und ein Schuss. Ich hab halt kein Sound, das ist das Problem. Nimm die Pistole, nimm die normale Pistole. Nimm deine normale Pistole. Ja. Jetzt defue vielleicht einmal die Bombe an. What the fuck?! Wir gehen A, Max. Nimm dein Messer in die Hand und renn Richtung A. Aber ganz schnell. Bitte. Spike down A. Ich hab's versuchen zu holen. Schön. Nice. Bisschen höher, Aim. Won. Das war doch gut. Jetzt mach ne Trap bei B Eingang, dass du mal weißt, ob da Leute kommen. Und in Double Doors machst du eine Trap rein. Ja, B Eingang rechts, die Trap hin. Ja, perfekt. Und jetzt noch eine ganz links bei Double Doors. Hinter die Kiste, so. Bisschen in die Holzkiste. Ja. Musst du dich über den ganzen Sexern? Ja. Und jetzt gehst du wieder weg. Du hast deine Trap. Du musst... Ja, okay. Ja, ist leer. B... B, B, B. B, B, B. Jetzt weg, jetzt weg. Jetzt hol dir den Healfeld von deiner Sage ab. Der ist hier bei mir, richtig. Ja, ist durch. Mitte. Huge. Lawless. Ja, sauber. Ich zeig dir jetzt was. Pass mal auf. Ich zeig dir jetzt auch was, was du machen kannst die Runde. Nein, ich zeig dir jetzt was. Lass dir doch was zeigen jetzt. Naja, mach, mach. Ja, schau. Mach. Mach. Du musst mir was. Ich zeig dir was, was du mir vorher gezeigt hast. Was? Ich bin jetzt gespannt. Der Ströbel ist sogar beim Coachen toxic, alter. Ja, ich bin nicht toxic. du hast es nicht oben platziert du hast es nicht oben platziert jetzt zu spät oder doch kannst du nochmal machen aber das ist 20 sekunden ja doch ich habe schon gesagt dass du dich um platziert hast ich wollte es nicht gesagt ja dass du es lernst du musst es selber mal lernen wie das du es lernst du hast zum ersten mal leben gemacht dann sag doch das ist nicht oben das wäre so cool gewesen mit der marshal oder learning by doing das ist so dummer drecksfehler der zählt nicht jetzt machst du es nie wieder den fehler wirst du es nie wieder machen guck halt wo dein teleport steht sage sage ja ihr müsst mal ein bisschen neiser sein what i make two kills what the fuck do you want sage calm down please we can talk about this nice try nice try holt ihr jetzt noch mal ne vandal ne ne wir machen das jetzt noch mal bin zu sauer von eben wie es geklappt hat na ja jetzt um drauf egal das spiel zu spiel 1 wieder zu spät schon wieder zu spät nein das rechtseite warum läufst du runter teleportier ich doch wieder zurück da die sind alle dahinten warum läufst du denn ja stimmt hä ja du hast hier nur das ist eine marshal und keine operator haltet die stellung tief gut du musst dir noch einmal annehmen ach einer noch mitte bei den double doors sehr gut sehr gut one shit enemy remaining ja dann cool dass du hier kein fall damage bekommst fuck fuck wieso weißt du sag mir das doch vorher im fallen sagst du das spike bei mir spike down bei mir killjoy nimmt die jetzt die laufen unten lang fuck wie flink war die one mach mal ein teleport hier oben auf die kiste drauf vor dir ja direkt an die border ja dahin los wenn die kommen machst du einen schuss und teleportierst dich direkt zurück dann können die dich nicht holen mach dich bereit dich direkt zurück zu porten jetzt port dich zurück ne mach jetzt nochmal so ist doch besser auch nice so jetzt hast du eine gute pose jetzt kannst du auf kurz aim wenn du dazu z.B. davor noch eine trapping gesetzt hättest wär das perfekt gespielt das ist ja wirklich ein selten hässlicher skin ne aber ist egal hier ist die scheiße scheiße hier ist die hier ah beim ames wieder auf fuß shit ja fuß shit oder hab ich fünf habt eh ja es ist ein risiko teleport kannst du machen wenn du willst ja jetzt bleibt er oben erstmal ja ja b mitte was ist das für eine dreckswaffe er hat auch nen trick er hat auch nen trick links rechts ist ein trick links rechts ist mein trick ja links rechts ist mein trick mhm soll ich gleich zeigen so laufen oh das ist ein trick guck hä wieso ist die so schnell was was wie soll man die denn immer an ich spiel einfach mein lebenssniper und die nie in ult sind wenn du schiebt jetzt schnell sag ich mir rechts 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 und c nimm schon ein teleport in die hand und jetzt hier in die wand ja genau da hin und oben auf die kiste links auf die auf die große ja auf die genau auf die ja ja an die kante ja und jetzt teleportier dich da hoch und jetzt kannst du die ganze zeit hier oben drauf bleiben rein eben versuchen flexion wenn es zu brenzig wird und zu viele kommen raus tippen und du bist safe egal ob die jetzt double doors oder lang kommen zwei leute ah die kommen hier die kommen hier die kommen double doors ja töt ihn töt ihn wenn er kommt hilfe na noch kommt noch einer hilfe echt ey wir geblendet du hast max geflasht hast du ihn ja ich hab ihn ich hab ihn der kommt double door das ist double door oder ist das zebo den ich hör ne das war doch der hier der kommt hier raus ach zebo lass ihn zeboostian also hier ja deine traps solltest du halt auch nicht vergessen ne ja die ist ok perfekt so jetzt tp'n perfekt das ist es jetzt hast du auch das ist der play gut hab ich ein play gelernt von dir schon mal tp dich tp dich tp dich und geh direkt zu a lauf rückwärts und guck deine tps an und nimm die mit du kannst auch laufen boah das ist ja geil wieso hat mir das keiner gesagt wo war so ein scheißcoach du hast wegen champion gar nicht erklärt ah unter dir ist die ult ah schwer was zu machen wie ist die denn die könntest du noch wallbangen du könntest die wahrscheinlich wallbangen nein kann man nicht von da oben natürlich lauf raus aus dem Feld nimm deine knife in die hand knife in die hand ja schade ja digga fünf gegen eins und killjoy ult ich bin jetzt kein experte aber es ist mir scheißegal wenn ich da sterbe ja es wird A nur ein knife in die hand oh man ok jetzt sneak 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 ey du blöde Kuh digga wieso wieder eins gegen vier du aimst wieder auf fuze ja bis du moves noch mal ist weihnachten so warte wie viel wieso ist denn immer eins gegen fünf auf eine trap max auf eine trap max nein das ist meine anfangstaktik kommt darauf klar ja zwei traps sind die wichtigsten fähigkeiten auf teeside dass du weißt ich will nicht durch ich will hier nicht aufsteigen durch irgendwelche team plays und battle awareness und sowas ich will einfach leute den kopf schießen mit der sheriff ja das ist nein nein das ist mal das fühle ich das fühle ich einfach dann den kopf schießen ja ok ich versuch da jetzt hier nicht hardcore in iron irgendwelchen idioten die ganze zeit vision zu geben auf den gegnern überall wats zu platzieren öhe ist einer noch zieht die zeit oder wie er ein FEIS full shield humanos full shield zwei traps zwei traps stras zwei traps nach rechts machen eine trap ganz recht's an die border ins gearbusch gas Budweiler ganz rechts da ganz oben rechts ja da rein die sieht keiner ins gebirg nach rechts okay cool dass du sie ins gebúsch machst richtung c noch eine An den Eingang. Hier liebe ich finde ich geil im Top. Oh, kannst du auch machen. Aber das hast du als C nicht gekompert. Und ihr geht da eh raus, deswegen ist die Trapper nicht unnötig. Der kommt zu mir, der ist bei mir, der ist bei mir. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Direkt an mir, töte ihn. Angriff. Unter mir. Jawoll. Ist das ihre Leiche? Ja. Ist die T-Bank? Fuck, nein, sag doch nein. Du hättest doch was leid sagen. Nee, nicht T-Bank, es leben noch fünf. Heaven, guys. Sage. Heaven. Oh, she is better. Oh, she is better. You don't need to scream, I hear you. Okay, sorry. Du aimst wieder auf Boden. You aimst immer auf Arsch. Heaven is tot. Ah, du spielst gegen drei. Guti, gib mir mich. Ist okay? Nein, 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 nein. Wo soll der Teleport hin? Oben an die Kante. Jetzt gleich. Der ist links von dir. Was ist das, Max? Wenn du jetzt hier einfach Maus 1 gedrückt gehalten hättest, wäre er tot gewesen. Hör auf mit diesem Klicken, Digga. Mann, dann, dann, was ist das? Was hatten wir für Kack-Coach? Rubatra sagt immer, wer klickt der Fick? Und jetzt? Jetzt klicke ich die ganze Zeit und Chef Strome sagt, das ist falsch. Was ist denn jetzt? Auf einen Long Distance Fight, da versuchst du auf den Kopf zu tabben, nennt man das. Aber auf so eine Distance klickst du doch nicht. Das ist doch wie so ein Menschenverstand. Da sprayst du einfach in seine Fresse. Rubatra, was sagst du dazu? Ich finde, dass du sehr gut, wie du das machst. Hä? Ich muss meinen Trainerstab austauschen. Nein! Wo ist enemy Killjoy? Was ist das? Was ist das? Woher geht das? Der Letzte, der Letzte ist On Squad. Er ist On-Site, Max. So, jetzt mach'n Teleport hier links in die Ecke. Und mach'n Teleport jetzt auf Max-Range da vorne hin, dass du guckst, wo er ist. Genau, jetzt läuft er mal vor. Jetzt kannst du gucken, wo der ist. Vielleicht findest du ihn, kannst dich zurückporten im Notfall, wenn du ihn nicht holst. So, jetzt kannst du rechts in die Ecke planten. Er ist kurz. Weiße. Fuck, ich höre einen Gegner hinter mir. Hab' die. Coup de France hab' ich bekommen. Zauber! Wo's Crouchen? Wo's Crouchen? Hab's, hab's, hab's. Ja! 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 Let's go! Let's go! Was machen wir jetzt noch? EZ einfach. Ja! Valorant! Jetzt sind wir drin. Jetzt bin ich Valorant-Spieler. Jetzt hab' ich's. Okay, schreib' sie! Enjoy Bun! Warum? Weil, ist so. Okay, guck. Zack. Gewonnen. Hab's die super gemacht. Jetzt mach' hier links deinen Teleport an die Ecke. Ah! Was ist das? Das ist ein Alarmbau. Chill kurz, chill kurz. Jetzt steigst du wieder hoch. Der hat den Teleport kaputt gemacht. Also ist da jemand close. Pass auf. Den kannst du kaputt machen. Das tappen vollkommen in Ordnung. Das auf die Range ist tappen okay. Check mal, es ist keine Zeit. 15 Sekunden. Du musst in ein Aim-Duell eingehen. Du musst die Bombe nehmen. Ja. Und wieder getappt. Und da stehen bleiben und einfach auf ihn drauf sprayen. Sebo, du musst zu A gucken, wenn nicht dass einer kommt. Was? Wenn du deine Trap hinmachst, dann gehst du auch rein. Das sind 3 auf B. Max, du musst jetzt die Bombe holen. So, deine Time to Shine. Okay, links raus. Machen Teleport hierher vor die Double Doors. Rechts ins Eck. Perfekt. Jetzt langsam da reingehen. Corners checken. Sebo, nicht sterben. Sebo. Sebo. 101 hat die. Max. Ja. Du hast nicht so viel Zeit. Woher wussten die, dass ich da bin? Sebo, das nächste 2 gegen 4 müssen wir gewinnen. Das war leichtsinnig. Jetzt bleibst du da stehen hinter der Wall und hilfst deinem Team jetzt nicht. Was machst du da? Hä? Du hast die Bombe. Du hast die Bombe, Digga. Du guckst ne Wall an. Junge, aber das sind so Sachen, die musst du dir nicht erklären, Junge. Die musst du wissen. Natürlich. Ich hab auch gedacht, dass da hinten keiner kommt. Oh, du hast hinten ne Trap, Digga. Du hast hinten ne Trap gesetzt. Was sollst du denn da gucken? Gewonnen. Guck. Du piekst da nie einer. Ja. Sehr gut gespielt. Sebo, das ist mein Spot. Nee. Du bist ja da hinten weg. Du gehst ja auf einmal A, dann bist du wieder hier. So läuft der Hase nicht. Ach so, echt? Na, so läuft der nicht. Wählerin ist kein Wunschkonzert. Ich sag's nicht. Uh. Uh. Ja. Junge ist das geil. Ich liebe meine Ult. Du hast aber noch die Bombe, Digga. Ich? Oh Mann, wieso fragt mir das keiner? C ist leer. Ach so, die sind da alle. Rennt zu C. 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 Einmal E drücken. E drücken. Nein. Ich geh ins Duell. Nein. Du hast die Bombe. Geh zur C, Mago. Ich geh zur C. Boom. Ich geh nochmal ins Duell. Okay, kannst du auch machen. Nein, der war side gestanden vorhin. 30 seconds left. Der wird irgendwie gewonnen. Guck. Und die hat nicht believed. Zwei gegen vier. Zwei gegen vier haben wir gewonnen. Wir haben's, Digga. Geile letzte Runde. Geile Ult. Jetzt reden wir einfach mal auf deinen Code schon. Ich versteh ihn nicht. Er sagt irgendwie C-Straded Form oder irgendwie. Was labert der denn? E-Corner-Sorge mit irgendwie E-Teleport-Serain oder was labert der denn? Und? Und dann?